Nee, ich glaub, man muss nämlich da abschließen, das ist ja das Problem an der Sache. Boah, das ist auch ruhig. Geht der Rank von alleine weg in der Weltzeit? Ja. Nee, aber nee, nur wenn eine neue Saison anfängt. Ja. Ja, wenn 0 ist zum Beispiel so, da hast du ja irgendwie den Rank-Decay nach 14 Tagen oder so. Wenn du nicht gespielt hast. So, nee, das nicht. Was für ein Map ist denn das hier? Ja, Oregon. Boah. Das ist das komische Haus, ne? Ja, das ist schon ewig nicht mehr gespielt. Prost. Das lassen wir uns noch reinschrauben, meine Waffe. Ach, Schubo. Welche ist denn das? Da unten in den Keller. Ja. Oh, Brie spielt Klabakern. Ja. Keine Ahnung welche, wir werden immer nicht verstärkt. Ich glaube die hier sind ganz gut nach unten, dann kannst du uns mal gucken, ja hier. Ah, die da. Gibt es noch einen, irgendwie oben? Gibt es zwei, oder drei? Hier fehlt noch eine Wand, die hat man markiert. Ah, ich mach das. Ah, Felix. Und sie können auch von oben kommen. Jena, es gibt hier zwei... Auf einen hab ich zugemacht. Ich weiß nicht, wo die andere ist. Ah, ich hab die andere. Ich hab drei Drohne. Ich hab auch eine Drohne. Komm ich irgendwo noch runter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es noch runtergekommen? Pass, pass. Pass auch. Kapitän. Die Bahner. Die Tür war nicht zu. Das sind drei Stück da oben. Drei Stück, wo ich gestorben bin. Die Bahners runter. Die Bahners sind runter. Wie er nicht stirbt, ey. Zwei Mal in den Raum da drinnen. Die Bahner will sich durchbrennen. Ich markier mal weiter hier. Das ist lachhaft, ey. Lachhaft, du Modauli. Liegt da, wenn der Falle. Genau, der andere liegt da unten nach dem Boden. Der andere kommt von hinten, von der anderen Seite. Da liegt der, der Krupp noch. Genau, der andere Seite jetzt noch. Zwei Mal sind doch. Kapital. Kommt hier noch einer? Ja. Jawoll, noch einer. Jetzt rechts. Ich markier nochmal. Das ist Sledge. Sledge ist links. Andere Seite. Da kommt der Sledge. Ah, kacke. Der ist hier. Der ist links, Felix. Sledge ist links, links. Ah, shit. Nein, 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 nein. Alles war topfunden. Ne, nein. Nee. Also, am Anfang bist du... ...und bist du am Anfang zu schnell auseinandergefallen, ne? Naja, ich bin rumgestorben. Petschauer. Oh, braucht man ein Schild? Nicht unbedingt. Ne, ich glaube auch nicht unbedingt. Ja, mich hat wieder der Netcode geärgert. Ich durfte dem Briggs keinen Headshot geben. Aber ihm hat es gereicht, wenn er nur eine halbe Stunde um meine Beine rumgeschossen hat. Ne, du hast einen Schild. Ne, du musst einen Schild. Wir haben auch einen Keller, oder? Ja. Ja, da wo wir gerade waren. Ja, da wo wir gerade waren. Oh, fuck. Ah, ich würde über die Construction Site, über die Baustelle gehen. Wat? Ich hätte gar nicht da. Nee, ich hätte es nicht da. Rescue attempt is a go. Find and secure the hostage. Durch den Tunnel gehen, Breeze, oder? Ja, ich würde in den Tunnel gehen wollen. Kann ja auch ein paar über die Treppe gehen. Ja, also zwei Seiten wäre ganz gut für den Raum. Ich soll drüber mitkommen, sonst würde dann nichts mehr durch die Wände brennen. Ja, soll ich ja alleine gehen? Ja, also ein bisschen ablenken. Ihr seid zu dritt. Ich fahre mit der Drohne voran. Mach das, ne? Gut, Breeze. Nice. Brauche ich noch eine Kamera. Boah, ich wisse Schnauze. Immer noch. Also in den nächsten Raum könnt ihr erstmal. Wollt grad die Drohne umhämmern. Ich auch. Rechts die Treppe hoch. Ich blüte hier mal die Wand kaputt. Ah, dahinter ist auf jeden Fall ein Router. Fickst du ihn drinnen? Ja, ne? Ich bin da. Ich bin da. Leiter. Können wir nicht noch mal immer? Kannst du mich nicht aufmachen? Felix, ich mach dir mal das hier auf. Pass auf, ich mach jetzt hier auf. Was? Ja, Jager ist doch mal noch hinter der Tür. Was? Ich hab'n Dock, der war am lurken. Luis, hast du den hier? Nice. Wenn wir in den Weplay gucken noch mal kurz nicht hin. LOL Munizierbohr hat im Sonderangebot oder was? Ja, ja. Er hat Angst, dass er das nachher noch zurückgeben muss, wenn er das ausgegeben wurde. Oh, ich mach mal Smoke. Sollen wir noch mal unten versuchen? Ja, dann lassen wir aber komplett zumachen. Wir spielen mit Bergkotten. Nicht Puls, nicht Puls, auf keinen Fall Puls. Puls kannst du gar nicht, immer wenn ich das Gerät ausklappe, wird mir erschießen. Ach Quatsch, das ist die Quatsch. DMPs von den SRS Typen finde ich halt ziemlich krass. Das ist jetzt, das Zweiten war für dir die Lagen. Machen wir hier tief bei den Wänden zu. Hier, statt draußen und halt diese komplett hier, die Interessante. Hier, statt draußen. Eine Drohne kaputt. Ich würde sagen, nur manchmal einer geht oben, aber wir sind hier oben. Ja. Machen wir den Keller richtig dicht. Wohne Tritscht ohne. Ähm. 10 Sekunden. Down in 5 Sekunden. 4 Sekunden. 4 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Es ist interessant, der Computernisierer hat. Alter, fuck, Rishi. Ja, schlecht ist. Könnt ihr mir nochmal aufmachen? Ja, kannst du ja Na mach doch Zwei Leute, keine Westen genommen Oh Gott Oh Oh Die Emmer hier rin Please, passt auf bei dir War ich Du weißt Auf der Seite gar keinen, der dahin kommt Ah, ich hab ihn angeschossen Ah fuck, lass mich mal hier rein Äh, ihr habt mich ausgesperrt Na ist alles zu hier Komm hier rein Da, lass mich durch Auf der Seite Die Kinder rin Moment, warte Warte Rinn Lass da einfach offen, Felix Und man brennt sich gerade durch Oh Gott Oh Gott, oh Gott Das ist jetzt ganz schlecht Das ist Wir haben alle mal drinnen Einmal komplett anders stehen Einmal komplett anders stehen Oh Oh Willkommen, Smarter hat irgendjemand weggehauen Da hat einer was dran gebracht Scheiße, da Jo, nice Einfach Deft bleiben Wir müssen allein in unserem Block Oh 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 Hinten läuft der Treppe immer noch Jemand da drüben in die Ecke, Felix Welche? Hinter dir quasi, ja, oder so, wie du jetzt bist Dass wir uns hier gegenseitig umnageln Oh Oh Ne, die Treppe, da ist Gefahr bei dir hinter dir Was? Komm mit rein Oh 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 Leider keine Zeit mehr Einfach zu bunkern alles Alter, ich bin da zu drinnen, ich lag hinter euch noch Also eine Granate da sehen Ja zum Glück hat Fusen nicht auf die Idee gekommen von oben durch zu ballern Ja, wieso? Auf diesen Hossets zu Hatten sie denn Fusen? Hatten sie aber ja, ja, der Geisel ist halt drinnen echt Ah, das ist nicht so Kannst halt den Nebenraum und den Vorraum Kannst halt gut Fusen Das war riskant Ah, ich bin nur noch Also Wirklich Schild, wahr Was, vor allem, sieht das jetzt schlecht aus? Die Reihen lichten sich Mhm Aber ganz einfach ist das nicht mit den Granaten, weil äh Geisel Wenn die Geisel umkippt, ist auch schlecht Ne? Und so Wo ich echt seit Zugehen musste ich grad nicht daran gedacht, dass wir grad Geisel spielen Das macht die Dölni da Null Kills Aber auf zweier Stelle Ja Willkommens, Mathe meine Damen und Herren Und Sachen bauen So So Wie war nochmal der Name von ReconFistler richtig Fabian Fabian, alles klar Ja, das läuft Ja Ja Ja, ich hab grad ja, seit ich überlegt Puls könnte auch ReconFistler sagen Das ist nicht das Problem Ich was sage? Wir können auch einfach den Namen sagen Also ReconFistler Ja, das ist so lang Die sind wieder unten glaub ich Ja, sie sind unten Passt auf, Puls auf 10 Sekunden Ach gut Zwei Leute Zwei Leute Ah ja, lurkt auf jeden Fall oben Ja Ganz unten im Keller, ja? Ja Ich glaube ja Ja Das ist noch nicht so unten Ja Ja Puls rund hier Fünf herum Erste Drohnebys? Ja Ja Also innerversteck dich in diesem Bandraum Ja, das ist vor Ort an der Tür An der Tür Welche Tür? An der Rechten Na, wenn du reinkommst, Felix Na, wir sehen Achtung Oh Na, dann warten wir erstmal ab Ja, geht jemand da lang Ich geh mal oben lang Da wo ich gerade mal Kita bis Jäger Wo, Kat gehen sie vier Nee, oder? Ne, glaub nicht Ah, ich bin mir nicht sicher Ja Mh, der Wokert, Schilder und Kontaktgranaten So, Smoke Ich ging gerade zurecht alleine Ja, ich muss mal nachladen Pappen Gut Kommen wir natürlich auch mal Warte mal Felix, ich hab mal Das ist noch innerer Oh, das ist noch innerer Warte Ähm Ist schlecht Er ist weggegangen Hinten an der Tür ist er Ist doch Siehst du den Typen da? Ähm Bernard Liege der Seite Kannst du mal auf der Seite die Tür aufmachen? Ich hab ihn getroffen, aber keinen Hitshot Auf der anderen Seite Ich seh Weil ich bin der Meinung, hier in der Ecke da ist äh Hehehe Hier oben war noch irgendein Hier oben war Ähm Ähm Dem Gehst du nur von der anderen Seite rein, dann geh ich von hier rein Ich versuch's mal Ich versuch's mal Auf drei Ohren Ich will dann auch unten zu Felix hingehen, da hast du eigentlich befreien oder? Okay, hier ist keiner Entweder ist er oben Ich guck mal, wo ist die Treppe runter? Bei Felix, du hättest wieder schon ein Loch zum reingucken Naja, hier war auf jeden Fall gerade einer hier Ja Im Reisenraum halt Ja, hier ist dann halt In der Tür ist äh Puls Puls ist natürlich scheiße Ich glaub bei dir hinten rechts der war oder? Ja, genau da Genau da Genau da, ja Valkyrie auch Ihr dockt da irgendwo? Wo ist jetzt Puls? Und im Raum In dem Raum Besser den einfach Gut so Weil ein Geiselraum darf nur Valkyrie sein Valkyrie hat auch C4 C4 Hier Hier sind die Hand genommen 60 Sekunden noch Scheiß, ist aber gut geblendet Ich geh rein Ich geh rein 3 10 Sekunden Ja, hier müssen Ihr müsst eigentlich alle rein In die Hälse holen Ach was BDF Was? Alter Was war das denn? Kann doch nicht Valkyrie gewesen sein, die jetzt uns beide getötet hat Doch halt Hä? Wie denn? Du hattest dein Seitenschild auf Ja Völliger Schwachsinn Bullshit Das mach ich auch sehr unlucky Ja, jetzt gibt's unseren Bunker, der hat er nicht mehr Ja, der hat er nicht mehr Dorms Küche Küche, oder? Ja, Küche, Küche ist besser Küche ist ganz cool, ja Gut bei? Ne Da würde ich Warte, 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 warte Warte, warte, warte Ja, du machst das Okay, dann mach ich das Ja, du machst das Ja, aber das ist Mute ist wichtiger als hier Mit so ne Eismotten zu packen Also Mach's vor allem die Türen zu Und hier die Seitendinger Ja, dann stell mal hier deine Mute-Dings hin Mute 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 Ah, f**k, umsicht. Weiter hier. Oh, alter. Das war... Felix, hinter dir ist aufgegangen. Musst aufpassen. Ihr, was, Letch? Ach, kacke. Was? Und Tani noch einer. Tani und Ash sind dort. Ach, Gott! Scheiße, jetzt wissen, dass ich hier bin. Was, wie alt, hat das keine... Was? Ash hat die Geisel, gleich. Komm da rein. Felix hinter dir, einmal durch die Wand schießen. Ist dauernd, liegt unten auf dem Boden. Er zieht auf mich. Jetzt kam er gerade von hinten, Alter. Jetzt er guckt dahin drüber, Alter. Ja, den Raum nehmen wir nicht noch mal. Wir müssen uns auf die Tür teilen. Wir müssen halt... Wir dürfen halt die nicht einfach so reinlaufen lassen mit dem Schild. Wir haben auch zu lang, glaube ich, gebaut, ne? Irgendwie. Ja. Ist eigentlich auch ein guter Raum, wo man mal draußen aus Fenstern schießen kann und sowas. Aber Ash war doch verletzt, oder nicht? Ash war verletzt, ja. Das ist doch der Liegen, das ist doch Gelsial. Macht mich doch nicht weg. Ja, aber Montagne war da direkt auch noch. Ja. Er stand direkt daneben. Er hat doch noch zwei im Rücken. Ja, du hattest zwei im Rücken. Ja, du warst fünf gegen eins, also das... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, genau. Ja. Ich bin halt so scheiße raufgegangen, weil... Er stand direkt irgendwo anders. Ich dachte, jeder war anders. Und dann hier stand. Burnout, zieh die Carryhosen an. Pleppermann irgendwo. Ja. Ja, streng dich mal an. Ich hab ein Bild. Ich bin Erster, was ich... Ja... Schild irgendwann blockst du oder so. Um. Fast, ist okay. Ah. Ja, Passy Schellen sein ganzes Glück für heute verschossen zu haben. Naja. Ah, guck mal! Läuft doch! Läuft doch! Läuft doch! Wo sind sie denn? Äh... Oben. Äh... Ach, da! Cavera haben wir sowieso dabei. Das ist ja schön. Ja, die Eier hab' mir irgendwo rum. Ui. Capkan, win da? Ja, da drunter heran. Hä? Schießen die auf Ging? Wollen sie spannen machen? Ja, das kann mir nur recht sein. Für den Platinplan. Da war ich ihn an der Tür. Hallo Hugo Schmutz. Könnt ihr mal hier an so ein großes Fenster kommen? Super gefährlich hier. Oh, die ist rumgelörke, ey. Felix oder wer? Ja, ich komme zu euch irgendwie. Gehen wir da an das große Fenster. Warte mal. Auch ein bisschen. Ja, in der Ruhe. So, weil dann kommt eine Sicherheit hier unten links hier. Da an das Fenster halt. Ja. Ja, stell dich da mal an. Ich würde sagen, da habe ich eine Front von hinten hier. Lass dich nur ich kaputt machen. Riesst das mal auf. Also, weiter. Mach den mal. Ja. Ja, linke Seite ist der Neger. Ja. Der guckt da direkt hinter diesen Schild. Ach ne, das ist Doc. Ja, das ist der Weg. Der hebt sich nur auf. Der muss gleich tot sein. Der muss gleich tot sein. Das ist der Weg. Ich hasse es einfach, wo sie sich... Das ist der Weg hier. Ja, ist eine Lache drinnen. Wie kann ich das weg? Die hat jetzt eine Geise hier auf dem Weg gerungen. Ja. Vielleicht eben nicht. Doc hinter dem Schild links. Aeimt ab. Geh mal nicht rum. Geh mal nicht rum. Geh mal nicht rum. Ja, warte. Gehen wir mal langsam die Optionen aus. Ja, warten mal bis einer mit mehr Leben kommt. Wir sind nur noch zu zweit. Oh, da oben an dem Fenster. Mach's ruhig zu zweit. Mach's ruhig zu zweit. Ich hab keine irgendwo umeiern jetzt so. War der andere hinter dem Schild da, oder? Hat da einer in der Runde verloren? Ne, ich fand... 20 Sekunden. Da ist er nicht. Ist rechts, wenn du reinkommst. Rechts an der Tür. Woll Junge. Schön. Alter, Potato eben. Vorsorge. War gut repariert die Runde. Ja, ganz schick hat das sofort angefangen. Ja, das stimmt. Na gut, dann musst du auch sagen, dass die zwei um mich hämmert haben. Hm. Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ja, wir machen das nochmal. Felix, sind wir nicht chillt. Wenn wir Geisel haben. Wir machen mal, wenn da Waffe sitzt. Jetzt ist es überfordert. Wenn wir den Schilder klappt, dann bin ich nicht so richtig. Das Flitzer Fuse. Hä? Ist das Problem? Das Flitzer Fuse. Das Flitzer Fuse. Das Flitzer Fuse liegt also entweder unten oder ganz oben. Ne, müssen unten sein. Ne, ist Keller. Ja, ist unten. Fuse in der geile Situation. Fupp, fupp, fupp. Mission failed. Ja, Capira haben sie auch. Da haben sie eigentlich immer die Banner dazu. Die Banner ist vor allem, dass die Yaten, die in Capira ist. Ja, der ist ins Dings, ne? Ja, der ist ins Dings, ne? Insertion in 10 Seconds. Die, dass ihr da starten wollt? Ja, so weit. 5 Seconds. Ja, ich will hier zur Baustelle. Rescue attempt is a go. Die Wärtschie trotzdem erst zu hier ist. Ein paar Drohnen. Pass auf, was sie da sind. Die haben eben übrigens gelurkt. Pass auf. Hoho! Nice. Kann man mal so machen? Hallo, sie haben immer so, immer so. Die Wärtschie. Da um ein schwarzes Auge. Mach ich weg. An der Treppe ist auf jeden Fall einer. Der durch. Pass die Quar mit zu mir. Du musst mich immer... Du musst da die Tür absapen. Das wär ich. Ne. Mach ganz kurz mal. Alkyrie ist im Turm. Oh. Mach gleich daneben überhaupt. Machst du da. Ääääh. Pass mal hinter auf. Im Turm ist voll Kyrie. Von rechts. Zeigt sich nicht. Gut. Das sind die Carrierhosen. Achtung, ich mach mal hier auf. Die Karriera suche mal im Turm. Ja, die ist auch. Die ist wichtig. Guck immer weiter, ob das auf die Tür passt. Stand, please. It's about to get on. Doc ist hier. Bei mir. An der anderen Treppe. Körschritte. Rechte für mir. Pass auf Cavera auf. Ah, die ist hier so. In diesem Raum drinnen. Keine. Pass auf, da kommt eine Matte. Ah, schreib mich nicht so. Doc war an der Treppe links. Die runter geht. Ich weiß nicht, ob die Carriera noch ist. Warte mal kurz. Carriera war da hinten in dem Raum. Rechte Seite drinnen. Ja. Geh mal durch die große Tür. Ja. Ich guck da mal hin. Eine Minute. Der Frost ist direkt bei der Geile. Das war eigentlich nur noch Cavera irgendwo. Nein, aber warte mal. Den hole ich mit der Granate. Wie ist denn mein Kopf weg? Aufpassen. Aufpassen. Die sind beide bei der Geile. Und einer ist rechts von der anderen Treppe. Cavera. Da ist ein Kamera-Auge irgendwo. Welche Treppe? Haben wir noch eine Kamera? Da die Treppe, die ich abgeaimt habe. Da ist Cavera lang gelaufen. Ungenau oder alles? Frost und Doc kommen dir entgegen. Doc auf jeden Fall. 15 Sekunden. Oh fuck. Ah, I know. One friendly operator remaining. Die Scheiße. Oh, was ist denn hier los? Und treffe ich denn nichts? Da war ein Spiel zu Ravenwood. Ja, ich muss schneller spielen. Oh. Ja, ich muss viel Zeit gelassen. Seit's im Sale war vor dem Weihnachtssale. Wir müssen mehr aufmachen von mehr Seiten. Nicht immer durch die selbe Tür. Wir müssen dann schneller hin. Äh. So. Das ist so da. Kapkan. Ich bin übrigens wunderbar. At Level 36. Äh 37. Ne 36 bin ich. Wie gesagt, wie lange spielt der jetzt? Seit 4 Wochen vielleicht? Oder 3 Wochen? Ich laufe aber außen und draußen rum. Also. Geht. Aber nur. Also nichts Spiel. Ne. 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 Deine. Neuer Teufel und Graf. Na. Na, eine. Versatos alle. Oh, diese Twitch-Drohne, ey. Sie zieht mal 40 HP ab, das ist ja zu lächerlich. Oh Mensch, lass doch diese Scheiß-Tür nur. Oh, das ist ja zu fern. Irgendwann nicht schön drüben. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, fack. Ah, nicht mehr. Ach. Die machen hier die Haupttür auf bei mir? Oh Gott. Bist du leicht eingeschlossen, oder? Ja, ich weiß, ich kann nichts mehr machen, jetzt wenn sie mich hier holen. Ja, er schlägt da direkt am Generator. Und hinten ist halt... Boah. Oh, Crystal muss ich selber weg. Ah, ich dachte, ich will den Montanien, aber... ... 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 so weit ich krieg gold noch eine zeige eine runde geht noch